Also zwei Personen und die merkt ihr euch. Kreativ, erlebnisreich und umsetzungsorientiert. So entfalten sie mit Hans Hess ihr Potenzial. Verwurzelt im Vertriebstraining fördert der Team-Experte das Zusammenspiel in Arbeits- und Projektgruppen. Power voller Energie und Graf und Saft und... Sauer. Er öffnet seinen Teilnehmern den Blick für die Prozesse, die in komplexen, sensiblen Systemen stattfinden. Hier merkt man, dass sich Systeme immer wieder verändern und irgendwann stabil bleiben. Aber auch, dass sich Beziehungen ändern mit Nähe und mit Distanz. Und somit sind wir immer in einer stetigen Veränderung, fast täglich, je nach Stimmung der einzelnen Team-Mitglieder. Und steht. Hans Hess legt großen Wert darauf, auch Aktivierungsübungen mit dem Seminar Thema zu verbinden. So lässt er die Teilnehmer zum Beispiel erleben, welche Auswirkungen Konflikte im Team haben. Pass auf, pass auf. Pass auf. Pass auf. Jetzt wird auch werden zu kämpfen. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass oftmals beides gleichzeitig wirklich nicht geht. Ich kann entweder nur kämpfen oder die Aufgabe erledigen. Und der Ball steht für die Aufgabe. Und oftmals ist es so, wenn der emotionale Kampf gekämpft wird, ist die Aufgabe vergessen. Eins, zwei, drei. Der ausgebildete Outdoor-Trainer fördert und fordert die Achtsamkeit in Teams. So steigert er die Effizienz von Arbeitsprozessen. Wenn man das als Arbeit übersetzt, ist es nämlich genau so. Übergebe ich die Arbeit so, dass der andere die Arbeit auch übernehmen kann. Es ist oftmals so, wir konzentrieren uns nur auf uns und auf den Staat, den ich holen will. Und dann den, der ist mir egal. Und wenn man der egal ist, kann der nicht übernehmen. Also beides. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit, die ich übernehme und auf die, die ich übergebe. Und dann wird ein Arbeitsprozess draus. Erleben und Reflektieren. Im zielführenden Wechsel begleitet der Trainer und Coach Hans Hess die Teammitglieder zu langfristig wirksamen Veränderungen. Ich frage es immer, was brauchst du, um rüberzukommen? Ich weiß, ich wollte nur leider immer mal ausprobieren. Sein Credo. Vom Einzelnen zum Team. Vom Ich zum Wir. Und wie ich da gewechselt habe, habe ich richtig gemerkt. Auf der blauen Seite, da wurde ich immer größer. Auf der roten Seite hat es richtig gedrückt. Das war vom Empfinden sehr beeindruckend. Streit und Kampf finde ich ja manchmal wichtig. Ist auch energiegeladen und das kann man auch manchmal gebrauchen. Aber auf Dauer ist der Zustand natürlich nicht schön. Da geht man lieber rüber. Also das ist für eine persönliche Übung sehr schön. Spannend daran finde ich, dass ich selber wählen kann. Also ich kann von da nach da. Und das merke ich auch. Eigentlich kann ich das im täglichen Leben auch. Ich kann von dem einen Zustand eigentlich bewusst in den anderen gehen. Jeder einzelne von uns hat die Wahl. Mit seiner Arbeit führt Hans Hess Teammitglieder zu eigenverantwortlichem Handeln. Und damit Teams zu Spitzenleistungen. Egal welcher Art. Aber die Frage ist, unterwerfe ich mich dem oder sage ich nö. Ich gehe darüber. Das ist meine Seite. Das ist meine Seite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017